Musik Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich habe heute einen Profi-Spieler bei mir mit im Boot. Und zwar den guten Paluten. Ist hier noch ein anderer Paluten, den du als Profi-Spieler bezeichnest? Oder meinst du mich? Du bist doch ein krankes Tier, Alter. Ich habe doch deine Montages gesehen. Du bist meine Fail-Compilation, Alter. Bro, bist du nicht für Team Solo mit-Assigned? Also jetzt den Netz? Ja, als Wasserträger. Als ESL-Profi-Wasserträger. Ja Leute, Palle wird mir ein bisschen Fortnite beibringen, dachte ich mir. Ich bin mal gespannt, was ich so von dir... Ah, da weiß ich ja schon, wie die Folge heißt. Paluten bringt mir Fortnite bei. Nein, nein, nein. Das ist eine heiße Revinzeit, bringt Paluten Fortnite bei. Das Video wird heißen, Profi-Spieler Paluten unterzeichnet Vertrag bei Team Solo mit. So wird es heißen. Ah, ja, okay. Try-Hard-Brille ist aufgesetzt. Tilted Towers, oder? Ja, Spaghetti. Ich weiß hundertprozentig, was du mit Spaghetti meinst seit dem Letzt. Dankeschön. Ja, 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 perfekt. Spaghetti war immer eine geile Zeit, Alter. Gehst du gerne Big Ben? Also kann ich das nennen, oder? Nee, nee, nee. Es ist direkt Spaghetti. Du willst doch nicht Spargel gehen. Hä? Das ist doch kein Spargel, Alter. Das ist Big Ben. Och, das ist der Spargel. Doppel-GG, Leute, an der Stelle. Okay, ich hab direkt ne Pumpe. Ist vorbei. Ja, Bro, ich bin mit einer Arbus und Impulsgranaten gesegnet. Ich kann mich nicht beschweren. Oh, ja, das ist nice. Hier ist noch ein Revolver für mich. Oh, oh, hier ist auf jeden Fall jemand bei mir. Oder warst du das schon? Das war ich. Ach so, okay. Ich bin noch schnell, Alter. Ja, ja, ja. Ich bin ein schneller Hase. Du warst turbo schnell, Alter. Komm, wir gehen uns unten an die Kiste holen. Darf ich durch? Darf ich durch? Gehen Sie beiseite! Natürlich, natürlich. Es geht hier auch nicht um den Win, sondern um den Spaß an der Stelle, ne? Ja, ja, ja. Aber ein Win wär jetzt schon geil. So, da war alles, was ich mir nehmen wollte, weg. Da sind meine Träume und Hoffnungen gerade direkt zerplatzt. An der Tankstelle sind Spieler, und zwar eine Menge von Spielern. Und die haben mir CC4 hingelegt, Bro. Okay. Zündung! Rein, rein, rein! In der Tankstelle drinnen, in der Tankstelle drinnen, Bro. Digga! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Ja, ja, mach ich! Mach ich! Bin tot! Ja. Palle, bei dir kommt noch jemand runter. Ja, das ist scheiße. Der springt dabei instant runter. Wer hat sofort... Oh, scheiße! Farm, Junge! Gehst du down! Warte, 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 warte! Mach ich mir C4 fertig! Okay, wenn du möchtest, mach das gerne. Ja, ja, spreng! Danke, Mann! Wie nennt man das, glaube ich, eine wichtige Notwendigkeit? War das gerade, oder? Bro, über uns? Links? Ja, ja. Kassiert. Down? Hab ihn! Kann ich die AR haben? Nein! Hier in dem Haus drinnen, eine Palle bei uns. Ja, ja, kein Problem. Warte. Der ist hochgelaufen. Oh Gott, hier ist er! Hab ihn! Sehr schön, Perle, Alter! Du alte Maschine, du! Ja, ja! Wahnsinn, du! Wahnsinn! Da baut jemand bei N. Ja, bei N. Was denn für ein Gebäude? Also, da wirst du ja auch für einen Call, nehm ich mal, anhaben in deinem Team, oder? Äh, ja! Du bist auch, also, sehr essensfixiert in letzter Zeit, ne? Ja, ich hab auch eigentlich in letzter Zeit sehr, sehr viel Hunger. Es könnte sein, dass ich schwanger bin. So, komm, Bro, wir gehen mal ganz kurz hier hoch. Okay. Und schauen mal, was wir noch so erleben können. Ich meine, links, die Leute, lassen wir jetzt mal getrost links bleiben. Ohne Schilde ist es auch eine geile... Wieso krieg ich da Falschschaden? Fragt man sich natürlich da. Gehen wir da einfach weiter in die Zone, dann machen wir aber so ein erotisches Roleplay, so ein bisschen, oder? So ein bisschen... Ne? Ne, danke. Ne, ja, gut. Da wirst du bestimmt den einen da... Das ist kein Problem. Oh, ich seh grad schon hier wieder ein ganz heißer Protip vom TSM-Spieler Paluten. Ja. Die Bäume ja nie zum Ende abbauen, ist klar, ne? Das weiß man. Guck mal, hier gibt's ja schon Schüsse. Und da wir beide keine Schilde haben, ist es doch perfekt zum Pushen. Ja, ja. Das denk ich mir auch. Oh, hier hat jemand sogar direkt eine Treppe gemacht. Oh Gott! Hier ist jemand, hier ist jemand hier oben. Komm hier hoch. Ich bin fast tot. Oh mein Gott, Palle, du musst ihn holen. Unter dir noch einer? Ja, denn... AHHHHHHH!!! Alter, Palle. Palle, Alter. Und der eine hat überlebt. Guck mal, der eine Abstauber. Malouen Baby. Das ist ein Typ, wo ich auch schon wieder weiß, dass deine Eltern ihn auf jeden Fall als Kind zu oft haben fallen lassen. Ja gut, ne. Da kann man ja natürlich nur hoffen. Stell dir doch mal vor, wir könnten Ingame unser Merch verkaufen. Wär doch cool, Alter. Revi-Merch-Skins, Leute, oder? Ja. Und dann verdienen wir und Epic und ihr bezahlt dafür. Ist doch geil. Oh Gott, den schnapp ich mir. Da ist auf jeden Fall einer. Revi, da ist einer direkt bei dir, ne? Ich habe keine Waffe, Bro. Ja, ich habe aber. Ich töte ihn. Ich habe ihn. Alter, hast du beide down? Nein, ich habe ihn getötet. Nee, nur einer. So, warte. Guck dir das an, Alter. Vor uns, vor uns, hier auf dem offenen Feld. Fall auf dem Parkplatz. Komm, er ist direkt vor mir. Komm her. Hier hinter dem Busch. Da ist er jetzt. Hinter dem Busch hier ist er. Ja, nice. Ich habe ihn zweimal perfekt gehittet. Ich war dabei. Ich war live dabei. Ich habe es gefilmt, Alter. Sehr gut. So, hier. Ja, guck dir das an, wie das hier... Oh Gott! Wer beschossen? Wer beschossen? Ja, ja. Kommen Sie ruhig hier rein. Daher. Hier rum uns. Verwinde mich kurz. Hä, von wo? Ach, da. Da sehe ich den. Der ist da direkt, wo wir herkamen. Direkt in dem Zwischengebäude. Läuft jetzt. Links zu O. Läuft wahrscheinlich hoch und versuche mich dann da wegzuholen. Hinter der Wand? Nee, nee, nee. Bei O. Habe ich doch gesagt. Also, ich schätze mal. Der ist auf jeden Fall links rüber gelaufen. Ja, er ist jetzt bei NO. Ist da bei dem Mast. Hat auf jeden Fall noch Schild. Vorsicht. Junge, 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 Junge. Sehr gut, Maschine. Dass der nicht sterben wollte. Pala, hast du vielleicht noch... Danke. Hast du eventuell für mich einen Verband? Äh, ja. Oh, guck mal, hier ist eine Eier für dich. Ja, ja, die habe ich da. Ich habe schon eine, du. Das ist deine eigentlich. Die wollte ich dir eigentlich noch gegeben. Pass auf, lass mal tauschen. Hier, guck mal hier. Klingt doch nach einem guten Deal für uns beide, oder? Das ist auf jeden Fall ein Top-Deal. Siehst du mal, Alter. Können wir uns beide... Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ist wirklich klasse. So, rechts von uns in den Häusern auf jeden Fall eine Leute gewesen. Aber die warst du wahrscheinlich... Oh ja, da unten bei W? Ja, warte mal, Bro. Ich muss mich erst mal verbinden. Ja, ich push ihn. Palle. Er ist auf jeden Fall... Er hat einen Ninja-Move gemacht. Ab ihn. Hast rein. Okay, sein Maid ist aber auch noch irgendwo her. Ich bräuchte ein bisschen Pumpen-Munition. Ah, okay. Ja, warte, hier unten ist es noch. Zack, Alter. Sein Maid ist gegenüber, Bro. Bin weg. Sein Maid ist gegenüber. Oh, hat nicht funktioniert. Warte, ist er Maid pusht? Ach so, ja, okay, warte. Down. Nice. Da habe ich natürlich jetzt schön gewartet. Wie gesagt, vorgepusht ist, ne, der kleine Schlinger. Guck mal, eine blaue AR für dich, Palle. Wie für dich gemacht. So, Alter, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Häuser. Ne, ne, ne. Ich hole mir schnell den großen Schild dran, hier unten, wenn ich darf. Okay. Okay, du musst dich kurz beschützen. Danke, dass du bist... Ja, ja, ich beschütze dich. Du bist da, oder? Ja. Du bist da, wenn man dich braucht. Du bist da, Bro. Du bist da. Ich kenne das. Alter, du bist... Das ist aber auch eine Eigenschaft, sag ich mal, warum dich wahrscheinlich auch viele Pro-Teams umworben haben. Weil du einfach ein super Teamspieler bist, ne? Ja. Da kann man halt sagen, was man will. So, hallo, gut. Ich hab aber nur 200... Ne, ich hab 52. Ja, ich hab 59. Ja, da hast du ja sogar mehr als ich. Ja, ja. Also, nicht marginal mehr, aber in der Gesamtsum hast du damit recht, ja. Ja, was machen wir da, Palle, ne? Da brauchen wir neue. Die ganzen Gegner, die wir... Die holen wir uns jetzt, indem wir hoffentlich jemanden töten, ohne selbst getötet zu werden. Ja, finde ich, finde ich eine Idee, finde ich eine Idee. Kann ich befürworten. Ja, dann würde ich sagen, jubeln wir hier einfach mal ein bisschen weiter. Ja, wie gesagt, also mit 59 Schuss, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so, also... Ja, ich meine, wir sind gerade in Retailer, wir könnten halt... Also, wir sind relativ gut in der Zone. Wir müssen noch ein bisschen da vorne bei NW. Da wurde gerade ein bisschen was gebaut. Ja, aber wir haben halt nicht genügend Schüsse, um anzugreifen. Doch, natürlich. Ja? Ja, klar. Ich meine, du bist hier der Pro-Gamer, Alter. Du weißt, wie es läuft, Digga. Du weißt, wie es läuft. Ja, auf jeden Fall, ey. Vor uns, vor dem Haus, geht jemand zum Supply Drop, Digga. Was? Ja, das graue Haus da oben. Wir könnten es halt hier verstecken, im Wald. Ja, ja. So ganz, ganz sneaky, meinst du? Das sind zwei Leute, Digga. Das sind zwei Leute, die haben uns noch nicht gesehen. Okay, ja. Siehst du die? Ja, ich sehe die. Wenn sie dran sind, wird geballert. Oh, der eine hat mich gesehen. Echt jetzt? Ja, ja. Vorhin nichts getroffen, Alter, ich trottel. Oh, fast tot. Echt jetzt? Heil mich kurz. Hast du, einer, ich dachte einer von denen. Noch nur 10 Sekunden. Einer hat Headshot. Okay, nice. Grenades! Oh Gott, bin fast tot. Oh Gott, oh Gott. Nice one! Ja, nice! Komm, da müssen wir pushen. Der ist doch tot. Ja, aber das ist noch einer, das ist noch einer. Warte ich's? Hab ihn. Alter! Du bist ja eine Legende, Digga. Ja. Wahnsinn, Digga. Das ist, also das... Boah, erst mal verbänden, bin fast tot. Aber guck mal, Palle, da leben nicht mehr viel, ne? Nee, nee, acht, acht Party People. Wenn wir weiterhin so passiv spielen, wie gerade die ganze Zeit und keinen Gegner sehen. Wir, wir haben einfach niemanden gesehen. Ich hätte ja aktiv, ne, gespielt, aber war ja nix. War ja nix, wa? War vorhin, hätte ich jemanden gesehen. Vor mir, vor mir, vor mir, Gegner. Zwei Stück. Was heißt vor dir? Ah ja, ich seh's. Hab auf jeden Fall ganz gut sein Schild runtergeballert. Und kassier' jetzt gleich her, da. Boah, geil, Alter. Guck mal, wie die jetzt offen stehen. Ein bisschen Angst ist jetzt gleich von irgendeinem... Ah, ich. Grenade! Zack, Alter, da fliegen sie. Vorsichtig, kommen wir auch in die Zone jetzt, ne? Oh, der eine hat gut kassiert. 48 Schaden. Der kann nicht mehr viel haben. Ah, da müssen wir eigentlich rauf, komm. Da müssen wir hin, Pader, da müssen wir hin. Okay. Ich hab nicht mehr genügend Munition. Was, so als hätt's jemand predicted. Whee! Zick. Oh, da vorne. Oh Gott. Oh Gott, ne Granate. Alles gut. Ich hab' einen gedownt. Ich hab' nur noch sechs Schuss. Der ist down, der ist down. Ja, der andere. Hab' ihn down. Hab' ihn. Oh, du hast ihn sogar! Ja. Alter, sechs Kills, der Boy. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn, Palle. Kein Problem, Alter. Ich brauch Munition. Junge, da hast du jetzt beide Kills, Goldmensch. Da weiß ich jetzt auch gar nicht. Ja, ja. Oh, da vorne ist ne fette Party. Das ist ein schöner Party-Bus. Oh Gott, da ist er auch grad hinter uns, hinter uns. Äh, S, 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 S. Yo, einer der Ballert hier ist schön. Yo, da sind beide. Der eine kommt jetzt rum bei Filizel. Der ist direkt bei mir. Er versucht mich zu töten. Nein. Wie geht das? Bei einem ver***ten Hex-Shot. 17. Ich hasse die Autopamp. Ich hasse sie. Ich hasse sie, Digga. 17. 17. 17 Mal wurde die Mutter gef***t von dem Typen, der diese scheiß Pumpgun programmiert hat. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem richtig Spaß. Ich hatte sauf viel Spaß. Es hat sauf viel Spaß gemacht, Palle. Ja, ich finde, das war wirklich nett. Also, ich meine, natürlich jetzt eben, ich hätte einfach hochgehen müssen. Ich wollte das one-on-one und dann hat er mich weggeholt. Ist kein Problem. Du hast ordentlich gecarried, Alter. Wahnsinn. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.